so jetzt auch die Flanke kommt, aber jetzt und es ist 1 zu 0 klar Kopf gut gespielt Hallöchen, sehr geehrte Fußballfreunde ihr seid hier bei Knalltüten Gaming gelandet und wir spielen wieder FIFA 18 ich bin der Jahre 85 und nach der Niederlage im letzten Spiel hoffen wir, dass wir jetzt alles besser machen können wir sind Platz 1 immer noch, aber Celtic Glasgow wenn ihr es richtig gesehen habt sind immer noch, also mit uns punktgleich aber noch ist alles in trockenen Tüchern, wir müssen jetzt nur gewinnen und zwar gegen Tottenham Hotspur wenn die jetzt gewinnen sollten haben die uns sogar überholt und deswegen gehen wir einfach mal nicht von einem Sieg von Tottenham aus und wir spielen weiterhin Profi 4 Minuten, heiter auf geht's in die Trainingsarena verteidigen hier gut, verteidigt gut, verteidigt gut, verteidigt achso, Training beenden so in Kürze ist auch hoffentlich unser Mario komm ist er wieder fit die alte Schlafmütze ist im letzten Spiel wirklich nicht groß zum Einsatz gekommen und da ist auch unser Stadion Deutschland gegen Tottenham Hotspur wir spielen wieder von links nach rechts und hoffen einfach mal, dass es alles besser wird so die haben wir gut gespielt und dann wollen wir weit oh aber immerhin erster Angriff auf unserer Seite oh oh, er hat er geklärt jetzt wusste nicht wohin mit der Pille oh vom Fuß gepflückt und schlecht ja er hat er aber gut gesehen auch zur Flanke kam es der noch nicht oh jetzt können wir die mal zeigen was sie können oi, 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 oi jetzt trennt die wohl auf hier drei Mann toll Kuschelkurs oh, ne, toll schöner Fehlpass jetzt sind wir okay, weil wir uns das Tor legen können und Freistoß ah und noch eine gelbe Karte als Bonus das ist super wenn, dann alles na gut Freistoß für Tottenham oh der war weit weg gut ist nicht unser Problem wir haben Ball wieder ja, wir machen die jetzt ganz schön Dampf hier und schießen wieder vorbei aber ich glaube den legt das 1-0 auch auf den Füßen so wie uns nicht ich glaube unsere Mannschaft hat gerade eine ziemliche Down-Phase was macht er denn ja guter Zweikampf sehr gut durchgelaufen ja gut gesehen jetzt auch die Flanke aber jetzt oh tut ich nicht war ja zu wünschenswert so traumhaft gewesen oh toll wohin jetzt so jetzt auch die Flanke kommt aber jetzt oh das 1-0 ver Kopf gut gespielt die Nummer 11 ja jetzt jetzt schon wieder die Nummer 11 das Traxler schon wieder ja selbstverständlich puh deutlich beruhigender das 1-0 weiter geht's oh ich hab den Tisch den Ball ins Auskullern lassen ja komm gekämpft ist ja gut gekämpft ja der war doch und jetzt lauf ah super 2-0 so das wie Mario Gomez ja das am Ende auch war na jetzt geht's wieder bergauf wunderprima ja der passt wieder ganz genau das ist komisch von Herr Gomez die Lieblingsecke super 2-0 einfach beide gehen haben das kannst du nicht so lauf lauf oh gut gestoppt so muss es sein äh hast du das weggenommen das nenne ich mal Einsatz das war gut oh hei oh knapp 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 und ne Ecke rauskullt sogar und hoch nicht direkt aus der Drehung wieder nicht noch eine Ecke die Ecke erfolgt ja jetzt kannst du eigentlich zur Halbzeit pfeifen genau da ist auch schon der Pfiff 2-0 zur Halbzeit Fans klatschen trotzdem verhalten aber das 2-0 nehmen wir erstmal gerne mit damit geht das mal weiter ja sie fangen jetzt online langsam schnell das Passivspiel zu machen ach guck der kämpft ja auch gut wieder verloren war einfach zu eng da vorne oh 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 war nicht so meine lieben Tottenhams wobei kommt oh sah relativ sicher aus eigentlich so fort mit der Pille wieder zum falschen ja sehr gut das hat natürlich super gesehen ja gut gesehen auch der voll neigepannert super die Nummer 11 wieder mit dem 13-0 Julian Draxler gut gesehen er ist selber schießen können aber nein volle Ende rein ins Paradies deswegen Müller raus Bellarabi rein ja der Ball war wie ein Geschenk der eigentlich irgendwie irgendwie da auch aber der war dann plötzlich weg so na lauf 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 da hat Platz die Flanke aber da stand so ein Tottenhammer davor oh schön aufgelaufen wie wir jetzt Vorteil rufen lassen können kann man immer noch auswechseln so aber jetzt weiter oh wirklich enge der passt kaum trotzdem weiter Schritt der war gut gesehen aber oh Traumfehlpass so wo wir unser Manuel mitspielen lassen ja gut gewartet oh und dann so in Scheiße unverstellbar rutscht der hin so hoch oh er ist gut dazwischen geholpst aber hat leider nicht geklappt irgendwie so kein Problem super gesehen die Angst ist eine vom Ball weil sie sofort weg schießen müssen was fangt die an zu spielen hier er läuft ja immer quer auf den ganzen Platz toll hoi